10.03.2024, der Filwo ist in Liebla beim Donatuslauf. Wenn ich weiß, in welche Richtung ich warmlaufen soll, einfach einen guten Kilometer hier die Straße runter, kommen wir in den Schlosspark Gracht. Da gucken wir uns doch mal der Schlosspark Gracht an, wa? 1698, da haben wir die Vorburg und da kommt das Herrenhaus ins Bild. Das tut Drehwurm machen, wenn man hier hoch will. Nicht weit vom Schlosspark haben wir. Was entdeckt man, wenn man planlos durch der Ort läuft? Hübsch, ein Trail, ein verlassener Friedhof. Was ist das? Alter jüdischer Friedhof, sieht fast so aus, so abgelegen. Wetter scheint ja heute schön zu werden. Das ist nett, denn die Läufer werden natürlich den Kiesweg nehmen. Das heißt, der Reitweg ist dann wohl extra für mich gesperrt, um mich mit der Kamera zu postieren. Perfekt. So, da kommt der Hauptmarathon. Viel Spaß und Erfolg! Schön! Alles viel Spaß und Erfolg! Schön! Präsidentin! planlos alles schön! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, zu meiner Zeit war hier Verpflegungsstand und die Wendepunktstrecke da die paar Meter rauf. Lang ist zäher. Prima. Prima. Super. Super. Prima. Prima. Da bin ich wieder. Prima. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ja, das ist alles. Hä? Ja, das ist alles. Ja. Das hat man unterwegt. Das war ein Lübo. Die Strecke ist in der Nähe von der Strecke. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020